Hallo und willkommen hier in meinem wikipedianischen Homeoffice. Also mein Name ist Vendina Baddinger. Ich bin erst seit ganz kurzer Zeit bei Wikipedia dabei. Ich habe mich gerade erst angemeldet. Mein Name ist Matthias Süßen und ich schreibe seit 15 Jahren für die Wikipedia. Hallo, mein Name ist Katrin. Mein Username in der Wikipedia ist KC17. Hallo, ich bin Noah. Ich bin 14 Jahre alt und arbeite seit einem Dreivierteljahr bei der Wikipedia mit. Ja, mein Name ist Superikoniskop. Hallo, ich bin Holder und ich schreibe seit 2005 in der Wikipedia mit. Hallo, ich bin Benutzer der Hexe und bin seit über 15 Jahren bei Wikipedia dabei. Ich bin Sandra Becker. Ich bin seit 2006 in der Wikipedia aktiv. Bei Wikipedia bin ich BotBellN. Seit 16 Jahren bin ich auf der Wikipedia aktiv. Meine Motivation in der Wikipedia anzufangen war mitzuhelfen, die Inhalte über Frauen zu ergänzen, zu verbessern und zu vermehren. Ich persönlich arbeite an Artikeln über Gewässer. Künstlerin, insbesondere auch Schriftstellerin. Themen rund um Ostfriesland. Darüber hinaus mache ich gerne Rechttrag- und Grammatikkorrekturen und zerteile gerne Bandwurmsätze in lesefreundliche kleine Pappen. Ich habe gedacht, dass ich am liebsten zuallererst in der deutschen Wikipedia einen Artikel über Fanny Brennan schreiben möchte. Ich fand halt auch die ganze Bewegung, das ganze Projekt super interessant und habe mich da eher so von aus herangetraut. Angefangen hat alles damit, dass ich eine Information in der Wikipedia gesucht habe, aber nicht gefunden habe. Und da habe ich mich kurzerhand selbst daran gemacht, den Artikel zu schreiben. Jeden Tag kann ich mich mit den Dingen beschäftigen, an denen ich ein Interesse habe. Was mich an diesem Projekt bis heute begeistert, ist das Wissen mit anderen zu teilen. Weil ich einfach dachte, was heißt eigentlich Digitalisierung? Was heißt Wissen im Netz? Was mir bis heute auch am meisten Spaß macht, die Recherche zu artikeln, selber dabei lernen. Mal recherchiere ich etwas und dann wirst du einen Artikel. Andern mal gehe ich nach draußen machen Fotos von Personen oder Objekten, die für Wikipedia einleitern sind. Was mir persönlich noch Freude macht, ist Fotos zu machen. Bei Wikipedia gibt es nämlich in über 300 Sprachen zigtausende Menschen aus aller Welt, aus allen Kontinenten schreiben da mit. Das ist etwas, was mich bis heute völlig fasziniert. Wikipedia macht mir Spaß, weil ich das Gefühl habe, Teil eines großen Projekts zu sein und dabei mitzuhelfen. Wikipedia ist mehr als nur die Enzyklopädie. Die deutschsprachige Wikipedia hat inzwischen über zweieinhalb Millionen Artikel. Viele Menschen im Hintergrund arbeiten daran, dass das Projekt so aussieht wie es ist. Und all diese Artikel müssen ab und zu mal überarbeitet und aktualisiert werden. Liebe Bücherwürmer, liebe Lieseratten und liebe Fotonerds, du kannst auf vielfältige Arten und Weisen zur Wikipedia beitragen. Du kannst schreiben, fotografieren, programmieren, was auch immer, wo auch immer dir nach ist. Beteiligt euch mit Bildern, mit Artikeln. Dafür brauchen wir ziemlich viele Helfer, die Zeit und Lust haben, regelmäßig an der Pflege dieses Wissenschaftses mitzuarbeiten. Seid nett zueinander, teilt euer Wissen. Jeder hat irgendwie einen Bereich, in dem er besonders viel weiß. Macht mit. Ich freue mich auf deinen Beitrag. Mehr Infos zur Aktionswoche findet ihr auf 20.wikipedia.de